So gut, die Stufen, die schaltet man dann frei, indem man den Raum macht. Los, Detective Tap. Detective Tap. Was hat der denn da drin hängen? Ich hab mir auch mal bei einigen die Hintergrundstory durchgelesen. Ich wollte da jetzt ganz hoch mit meinem Wissen... Erzähl, guck mal nach links. Da gibt's ja Kleidung, also anpacken. Toll, weißt du, ich guck hier zum Fenster. Ich war nur viel. Ja, aber bei mir ist nix da drin für den. Ey, wir haben doch alle gehakt hier, hallo? Also ich hab da einen Kopf, ja der Killer noch nicht. Ja, super. Geht hier unten, da ist der Strich durch die Welt. Ja, so einen Totenkopf hast du da unten, ja. Nee, und der Strich... Ich bin zerschrocken, ich dachte, ich hab das Spiel kaputt gemacht. Ich hab doch gar nicht gedrückt. Du machst alles kaputt. Ja, aber ich sag so, ja da ist Totenkopf. Und ich stand dann natürlich da drauf, aber ich hab nicht gedrückt und im nächsten Moment geht alles aus hier. Was, Kaltbansch? Oh, hab ich jetzt gerade den Hackebeil hier, unser Häschen gehört? Den Hackebeil? War das jetzt Wunsch des Gedanken, dass ich jetzt hier... Du willst wieder das Häschen näher. Oh, dieses Lied, das begleitet mich abends in meinen Traum. So was, die summt, oder? Ja. So was, die summt, dann hin, hin, hin. Nee, das ist... Das kommt mir aber irgendwie bekannt vor, aus irgendeiner Werbung oder sowas, glaube ich. Ja klar, voll Psycho. Ah, ihr seid bei mir. Ich glaube beide. Ich bin nämlich... Oh, jetzt gleich ein Generator. Lass uns den Generator nicht reparieren. Hallo. Ey, bitte. Warum kann ich denn... Ah, jetzt. Mann, ey, ich bin ausgeschlossen. Wo geh ich halt? Achte mal drauf, ob der Killer kommt. Ja. Steh mal, schmiere. Ach, scheiße, muss ich drücken. Wieso muss ich drücken? Ihr habt doch angefangen. Hallo. Der explodiert jetzt gleich garantiert. Nein, ich habe... Oh, da kommt einer. Jetzt kommt er, ja. Ich sehe ihn aber noch nicht. Und jetzt sehe ich ihn. Oh, ich glaube, ich muss es sehen. Der ist in eurer Richtung auf jeden Fall. Ich höre ihn nicht mehr. Ach, scheiße. Das ist der mit der Maske und dem Messer. Also nicht Halloween, der andere. Nicht ein Messer. Nein, der hat uns alle angedings. Ich kann nicht verspalten. Irgendeiner kommt in meine Richtung. Lauf, glaube ich. Ich renne, ich renne nicht auf. Mann, jetzt bin ich weg. Oh, fuck, 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 fuck. Aber, warte mal, hast du angehauen? Nein. Lass aus. Nein, du doch auch nicht. Nee, aber ich will den heilen. Er geht hinten entlang. Wo? Nein! Hä? Er hat dich. Nein! Ich bin auf einmal am Boden. Ich wollte gerade weggehen. Wieso bin ich jetzt am Boden? Was ist das für eine Scheiße? Hä? Ich habe mich gerade halb geheilt. Und dann habe ich gesehen, der kommt. Da muss ich aufhören. Da hinten läuft er rum am Rand. Der geht jetzt wieder zum Anfang zurück. Fuck! Jetzt hat einen getroffen, oder? Nee. Jetzt ist er wieder ganz da am Anfang. Der ist jetzt von euch, also, ja, wenn ihr mich am Boden liegen, sieht von euch aus hinten durch. Ja, aber ich verstehe nicht, warum ich am Boden bin. Scheiße. Oh, fuck, fuck, fuck. Der ist direkt über mich drüber gelaufen. Ich kann hier nicht mehr laufen. Man muss mir helfen. Ja, warte mal. Ich kann hier aufstehen. Ich habe überlebt. Mann! Hallo? Ihr wart gerade alle neben mir jetzt. Lauft hier alle weg. Ja, wir werden verfolgt von Kitter. Irgendeiner humpelt hier zu mir. Hallo, ich bin hier vorne. Im Gras, Junge. Mensch, schon wieder, ey. Achso, der wird verfolgt, der wird verfolgt. Das wäre für euch jetzt die Gelegenheit. Ich verkack's gerade genau mit dem Generator. Ich habe schon dreimal... Ja, lasst mich einfach sterben. Aber wieso bin ich überhaupt am Boden gewesen? Ich konnte ganz normal laufen. Der ist nicht in meiner Nähe gewesen. Der hat mich noch nicht mal gesehen, weil er ist hinten rumgelaufen. Auf einmal fällt hier um. Wo bist du? Ohne Scheiße. Ich lieg hier immer noch im Gras am Anfang. Ja, ich kann nicht... Da wohl ja eine 3 war eben. Ist er da weg? Äh, ich sehe... Ja, der ist hinten, hat ja einen aufgespießt. Hier, wo die Palette hochkant steht. In der Nähe vom Generator. Im hohen Gras. Ja, genau hier, genau hier. Vorsicht mal, Vorsicht. Ich habe nicht... Warum geht das nicht? Der Heel geht nicht jetzt. Silke, komm her. Ich kann nicht... Oh, ja. Da ist noch eine. Ja, geht alles schön hier zusammen jetzt. Ach, man kann zusammen heilen? Ja, geil. Aua. Aua. Ihr sollt mich heilen, dich kaputt machen, bitte. Danke, danke. Ich habe innen drin den... Ich habe innen drin den... Der hängt da hinten noch. Ja, den können wir holen, ne? Nee, der ist weg. Der ist entkommen. Oh, scheiße. Da ist er, da ist er. Da, oder? Ist das... Ja, der ist hinter mir her. Pass auf, die kommen in unsere Richtung. Gerade habe ich ihn noch gesehen. Ja, jetzt sind die Außenräger, glaube ich. Den Generator habt ihr, oder? Links oder rechts außen? Fuck, 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 fuck. Oh, er ist hinter mir her. Ja. Habt ihr den einen Generator jetzt gemacht? Einen haben wir. Nein, scheiße. Ich bin tot. Wie tot? Wieso tot? Ja, auf dem Boden. Heißt tot. Ach, hier ist das Ende. Sag das doch. Och, scheiße. Jetzt renne ich hier direkt nach außen? Fuck. Da hinten. Ja, ich sehe dich. Ich sehe dich. Oh, Papa, er sieht dich. Oh, Papa, er sieht dich. Silke. Ja? Ich habe dich eben geheilt. Ja, ja, ich bin in deiner... Nein! Lenk ihn ab, Schatz. Ich muss deinen Sohn befreien. Rennst du jetzt mit ihm weg, oder wo ist der jetzt? Äh, er ist komplett in die... Nee. Du brauchst nicht mehr rennen, du brauchst nicht mehr rennen. Er sieht nicht mehr. Jetzt, glaube ich, wieder, oder? Nee. Nein! Der kann nicht kommen. Oh, fuck, da war was. Oh, der eine Held, der hilft mir jetzt schon, unser Teammate. Er hat mich. Ja, fuck, diese scheiß Vögel. Scheiße, ich bin schwer verletzt. Nein, der ist bei euch in der Nähe, passt auf. Oh, oh. Aber welcher ist das denn? Ich kenne nur den vom Halloween. Oh, wie war der? Wieso kann ich mich selbst heilen? Der hat auch so eine Skimaske auf und ein Messer. Aber der ist, ähm... Ich komme gerade nicht drauf. Ich bin geradezu aufgeregt. Wir müssen jetzt mal Generatoren machen. Ich weiß ja nicht, wo ihr seid. Also, ich bin einfach ein bisschen weiter mit dem anderen. Ah, da habe ich's auch, ne? Bist du jetzt... Seid ihr alle okay? Ich mache gerade Generatoren. Ich bin ein bisschen weg von dem Typ. Ich höre hier irgendwas als Generator. Ich sehe hier jemanden im Gras. Ich glaube, das ist Silke. Ich weiß aber nicht, wo du bist. Am Geräusch. Oh, fuck, 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 fuck. Ah, warum läuft die Gegenden? Bauen die blöde Kuh. Oh, fuck, der ist noch einer. Au, er hat mich. Ach, das bist du. Ich bin noch in der Nähe. Entschuldigung. Ich bin noch in der Nähe. Er hat mich. Bleib weg und hol mich dann, oder so. Ja, ich heim mich gerade. Vielleicht habe ich's auch nicht zu klären. Ja, er hat in einem Block drin. Das dauert ewig, ja. Also. Ich hecke ihn auf jeden Fall. Er kommt zu dir. Rechts oder links vorbei? Scheiße. Der winkt mit mir. Warum macht der das nicht? Ich muss campen. Äh, ist der im Campen? Der ist bei mir rum, ja. Der ist irgendwo hinter mir, glaube ich. Der Typ hilft mir nicht. Der ist abgehauen. Das ist ein blöd Mann. Der macht gerade einen Generator. Ich sehe ihn. Nee, ich mache den gerade. Der war bei mir, der eine. Der Typ ist hier in der Nähe. Hau ab. Ja, hau ab. Ich bin tot, ich bin tot. Oh nein. Scheiße. Scheiße, scheiße. Ja, ich kam gerade. Nein! Der Typ hat mich gerade geheilt. Oh, oh, oh. Oh, ja, fast fertig. Was ist jetzt mit dem Hirn unterwinden? Aber mich müsste einer heilen. Der Typ wollte mich heilen eben. Aber... Aber... Scheiße, 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 ist mal ein bisschen. Oh, Papa, pass auf. Der ist noch nicht vor hier. Der hat da jemand aufgehangen. Siehst du, wo der hinläuft? Nee. Ich sehe nur, dass er sich... Ah, zu mir, zu mir, zu mir, fuck. Ich kann den Typen sterben. Fuck, wie soll der mich jetzt mit einem Schlag? Oh, pass auf. Oh, das ist nicht dein Ernst, ey. Ich war so kotzerträumig komplett zu heilen. Oh, ich stehe am Haken. Sie sagt mir das keiner. Schatz. Er hat einen Medi-Packer, könnte ich sagen. Scheiße. Oh, der hat ihn, der Mörder. Ja. Der ist immer runter hierher. Der Cubic ist schon tot. Da kommt einer, da kommt einer. Bist du das? Ich bin's. Komm schnell weg hier, Schatz. Der Cub halt sich selbst. Der Killer ist weg, David. Ich kann schneller laufen. Er kommt hier in der Ecke. Nein. Das tut sich gerade ganz komisch. Nein, scheiße. Ach, scheiße. Ja, wieso hat er mich erwischt hier drin? Nein, 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 nein. Stoß hier oben. Scheiße. Nein. Boah, ich sehe nicht, diese Scheißeinstellung. Ich weiß nicht, warum das jetzt auf einmal nach oben geht, wenn ich nach unten gehe. Der Typ ist da, bei dir. Ich denke, du brauchst nicht. Oh, der Mörder ist auch da. Er verfolgt ihn. Wen? Den Teammate von euch. Er ist, glaube ich, entkommen, ja. Nein, ich will nicht den Totem machen, wie sie... Wir sind ja jetzt noch alle drei im Spiel, oder? Ihr drei seid noch, ja. Der andere ist aber gleich, glaube ich, tot. Warum hat er... Warum hat er... Wir müssen uns heilen, oder was? Hört sich das hier gerade so mies an. Boah, wo sind diese Scheißgeneratoren, Mann? Diese sehe ich da nicht gleich... Im Haus war einer, den ich auch angemacht hatte. In den kleinen Häuschen? Ne, ne, im Haupthaus. Mittendrin. Oh, der Typ ist tot. Wie, der ist tot? Also zumindest am Boden. Da ist jemand, pass auf. Bei euch, also einer von euch ist da. Ja, ich stehe ihn. Wo schleppt er denn hin? Der hat schon Wehren, äh, macht ihn in den Keller. Aber der ist gleich weg. Der hat gewehrt, vielleicht, oder? Na, ne. Ja, ist der nicht schon mal aufgehangen gewesen? Doch, der ist ja tot. Ja, er ist tot. Denn man kann dreimal aufgehangen werden. Kommt drauf an, wie sehr man sich gewehrt hat. Oh, fuck, fuck, fuck. Das ist lange, Mann, aufgehangen. Alter, fahr der noch irgendwo hin, ne, ja. Oh, oh, Papa. Da ist er. Nein! Wieso hängt der fest? Sag was, ihr müsst mir helfen. Ja, der war bei mir. Aber jetzt ist er irgendwo. Die müssen sich ja heute noch. Aber was war, äh, jetzt laufen sich hin. Oder, ne, der kommt wieder. Zu mir? Ne, zu Papa. Da ist die Musik da. Ja, die Musik, aber ich hör. Ja, ich hör auch die ganze Zeit die Musik. Aber das fand ich so ein scheiß Selfie, Mann. Oh, 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 oh. Oh, ne, da ist er. Oh, 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 der ist weg. Sicher? Hm. Ich hab ihn manchmal mal gar gesehen. Man macht die scheiß Heilung. Ich versuche nur mal von dir wegzulocken. Na, na, fuck. Ganz so schnell. Oh nein, nein, nein. Nein, oh mein, wieso läuft diese scheiß Kuh eigentlich nicht? Nein, das ist zu kotzen. Ja, es war so klar, dass dieser Bichser jetzt von rechts kommt. Hat er dich oder was? Ja, ich bin auch schon aufgespissen gewesen. Mann, immer wieder einen hier. Oh, Farber, der holt dich. Er hat dich fallen lassen. Ich will gucken aufs Gebäude, wo er hingeht. Ja, er guckt jetzt, wo ich hingehe. Pass auf, bei dir auf der Seite ist er. Bei dir auf der Seite gesagt. Oh, er hat dich gesehen, glaube ich. Nee, hat er nicht, hat er nicht, hat er nicht. Einfach langsam weiter, langsam. Ich lieg direkt bei ihm in der Nähe im Gras. Ach so. Ich dachte, du bist in meiner Richtung. Ich wollte dich retten. Ja, er hat mich runtergeworfen. Er kommt jetzt zu mir. Ja. Ja, er holt dich. Nein, 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 der lässt mich hier als Opferlamiden. Ja, er will, dass du sie... Bleib bloß weg von mir. Guck, dass du die Generatoren machst. Der geht jetzt andere Seite ums Haus gerade. Ja, weil im Haus ist der Generator, der schon zur Hälfte war. Den wollte ich ja gerade machen und das Mistding jetzt nicht wieder explodiert. Aber wo sind die anderen... Jetzt geht er komplett rum. Aber wo sind die anderen Generatoren? Das gibt's doch gar nicht. Es fehlen hier noch welche. Ach ja, komm. Drei Stück fehlen noch. Sehe ich ihn aber nicht mehr. Ich glaube, er geht in deine Richtung. Aber ich bin mir nicht sicher. Kann doch sein, dass der jetzt zurück... Na, er kommt zu mir wieder. Ja, mir ist das sicher. Hat festgestellt, dass ich nicht mehr da liege. Hihi. Sucht mich jetzt gerade? Hat er mich jetzt gefunden? Weiß ich nicht. Aber er geht wieder zu dir in die Richtung. Pass auf. Geht andersrum ums Haus. Deswegen habe ich was Schwarzes angezogen. Das sieht man ein bisschen schlechter links im Gras. Ja, ich habe hier nichts mehr. Also ich habe diese andere nicht gemacht. Er ist gerade an mir vorbeigerannt wieder, Richtung Haus. Also er kommt von mir aus, sehe ich nur, er kam in deine Richtung. Aber... Mann! Ey, ich krieg das nicht hin mit diesem Scheiß-Generator, ey. Das ist doch Scheiße. Ja. Äh, warum bin ich jetzt tot? Hallo? Ich hatte mich doch... Ist ausgeblutet. Ist ausgeblutet. Ich hatte mich doch komplett hochgehalten, bis auf das letzte Stückchen. Aber der hat einen Effekt, dass sich ausbluten lässt. Äh... Was? Wie? Wo? Ich habe irgendwas tägliches abgeschlossen. Ähm... Da war die Falltür. Ja. Okay. Hallo? Du sollst zuschauen. Wieso funktioniert mein Extrast jetzt nicht? Oder bist du jetzt nicht mehr da? Doch, er ist noch da. Ich fällt so sch... Achso, ich muss das erschließen. Äh, okay. Pass auf, ich höre die Musik. Die höre ich die ganze Zeit. Aber wo ist diese Scheiß-Falltür, ey? Boah, ich will immer deine Perspektive höher stellen, damit man was sieht. Wo ist die Verstellungen nicht mehr? Einer habe ich gesehen, war die außen. War aber in diesem Video. Da kann es so werden. Oh, du rennst direkt auf den Haken zu. Hier sind irgendwelche komischen Geräusche. Ja da da! Ja! Ich hab die Falltür gefunden! Du Frau, du hast mich nicht mitgenommen! Ja, du hast dich umgebracht! Geopfert! Ich hab mich extra geopfert, damit du entkommen kannst! Das zweite Mal bin ich in die Falltür! Aber diesmal bin ich sie gefunden! Nein, ich hab so wenig Punkte gekriegt! Was soll das heißen? Na gut, ein viertel Level brauche ich jetzt noch, dann bin ich schon mal ein bisschen höher wieder! Ja, aber um zu leveln, ist Killer auf jeden Fall besser, wenn man den ein bisschen gut hinkriegt! Aber der Killer war auch ein Anfänger, ne? Wie es aussieht!